ein herzliches willkommen zurück zu einer folge oder zur weiteren zu einer weiteren folge von lost in random und zwar haben wir ja beim letzten mal aufgehört indem wir den krieg beendet haben hier in dreiheit und als nächstes steht uns jetzt dieses hier bevor die zwiebelgondel oder beziehungsweise die spinnengondel und ja wenn einfach mal schauen was uns da so erwartet habt viel spaß mit dieser neuen folge und ja lehnt euch zurück würde sagen wir starten einfach mal was denn erstmal diese frau ah the real shame was that i was lost for so long but you you found me even and the war that's torn apart this family is finally over you did good even but you need to move on i know goethe ist das denn sorry ja dann würde ich sagen gehen wir einfach mal hier weiter drücken hier an diesem rufzeichen das a und dann schauen wir mal was passiert am äh was okay 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 so Aha. Errungenschaft, freigeschaltet, einfacher. Ja, habe ich jetzt nicht mehr lesen können. Aber ihr habt es mit Sicherheit gelesen. So, little Bernard comes crawling, Bucky. Afraid of what this world truly is? Excellent, excellent. I shall deal with him later. Or now we must make haste to the palace. Aha, der tut uns also nichts. So, und wo sind wir jetzt gelandet? In der Spinnengondel. Dann schauen wir mal. Geh an Bord der Gondel, finde eine Spur von Ort. Ja, dann werden wir das mal erledigen, wa? Gibt es denn hier was zu finden? Hier ist anscheinend nichts zu finden. Dann gehen wir mal weiter. Die Spinnengondel. So. Haben wir den mal da. Tja, selber schuld. Du denkst doch nur ans Futtern, Alter. Soll ich jetzt erst Süßigkeiten finden? Ist klar. Ihr seid doch alle nicht von dem Stern hier. Ich bin nicht Bernie. Ja, da bin ich ganz sicher. Ist halt doch. Aha. Jetzt kann ich den Würfel steuern. Lass man sich mal schauen. Was zum Teufel passiert hier? Hier rum? Gottes Willen. Da geht es nicht rum. Okay. Da geht es auch nicht rum. Was passiert, wenn ich hier runterfalle? Sicherheit nichts Gutes. Ich muss wahrscheinlich da hinten hin. Da kann ich... Da kann ich... Ah, clever. Teamarbeit. Ah, schau mal. Ah, schau mal mal. Kollege, du hast nichts Neues. Oh, ja, ja, ja. Äh, hallo? Aber auch Angst. Ich denke an eine bessere Zukunft. Ja. Ja, ja, ja. Ich will meine Schwester retten. Das ist das einzige erstmal. So, da ist irgendwas. Was sind Sie hier? Was sieht es? Ich bin Nanny Fortuna's favorite. So, ich bin... Ja, ja, das ist gut für mich. Ich wusste immer, dass ich eine 6er war. Und endlich ist der Rest des Weltes wie... Warte einen Moment. Even? Even! Even! Es ist mir... Von was? Wir werden sogar 6er werden. Warte einen Moment. Du bist noch nicht 12 Jahre alt. Du bist zu jung, hier zu sein. Du bist ein Imposter! Ja, ja, ist klar. Ja, ja, ist klar. Ruhig die Nanny wird. Du bist hier nicht. Du bist hier nicht. Du wirst nicht hier sein. Du wirst nicht hier sein. Es ist gegen die Regeln. Du wirst nicht hier sein. Du wirst nicht hier sein. Warum hat er das getan? Warum? Warum? Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich wusste es. Ahhhh. Boah. Das ist doch hier scheiße. Ja, komm her jetzt. Natürlich. So, jetzt brauchen wir erstmal Schutz. Den machen wir mal. Den machen wir mal. Ach, das ist doch alles scheiße. Zuerst mal einen Ansatzpunkt finden hier. So, ob ich dort angreifen kann. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Genau, macht euch gegenseitig kaputt. Genau. Ich esse dich gleich. Scheiße. Aber ein bisschen immerhin. Wo bist du? Ja. 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 -ja. Boah, ich hab sogar mich erwischt. Es ist noch nicht Alanenny Abend. Sehr, sehr schön, wir haben es geschafft. Oh, was passiert jetzt? Scheiße, oh nein! Oh Gott! Nein! Boah, nicht runterfallen! Nein! Hier, zieh meine Hand. Das ist für deine richtige Gute, Wanner. Oh, 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 was ist jetzt passiert? Oh Gott! 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 Ich bin darkness, make this world. Tja, was ist hier nur passiert? Retrofusions to change the past. New rules to make the present last. Death and ruin for those who oppose. As went the sister, so the whole world goes. Uh-huh. I don't think I can do this. You can and you will. The sacrifice is necessary. But I don't want to. The dice demands it. Sometimes we must set aside what we want in order to get what we need. Push her over, Odd. Or I'll let the dice decide whether you should take her place. Odd, please. I'm sorry I was mean to you. And your sister. Odd, please. You can't do this. You can't. You're running out of time, Odd. Oh wei. Dieses Spiel hat echt was. Das ist ein richtig geiles Game. Das muss man einfach so sagen. Odd. Odd. Why did... Why did you... Do you... Dicey? Dicey! Even knew she had to find her missing friend. She gathered her courage, square her shoulders, and... I just... wanted to go home. Ah... And realized that... She just wanted to go home. Oh, but home was... Very far away. She had... No idea how to get there. Tja. Und da gibts da ja noch die Sache mit der Schwester, ne? Die haben wir ja auch noch lange nicht gefunden. Verloren in random, ja. Glaub... Jetzt stimmt das Spiel wirklich. Ohne Dicey, unserem besten Freund, sind wir hier irgendwo im Niemandsland gelandet. Es ist mein Name. Boah. 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 Was hat das zu sagen? Tja, gehen wir mal weiter, wenn es einen Walther gibt hier, fühlt sich nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss überhaupt, fühle ich ehrlich sagen. Das ist wirklich jetzt ein bisschen, naja. Hier geht es anscheinend nicht weiter. Ja, auch nicht. Gehen wir mal hier lang. Was passiert jetzt? Ach, jetzt müssen wir da durch. Scheiße, ne. Boah. Leck mich doch am Arsch. Gehen zum Teufel. Nein. Das musste passieren, oder? Natürlich, jetzt können wir vorne anfangen. Scheiße. Boah, das ist echt nicht einfach, Leute. Nein. Oh, das war knapp. Gehen zum Teufel. Ich bin jetzt mal hier hin. Schnell da durch. Hier runter. Gehen zum Teufel. So, das haben wir geschafft. Ach du Scheiße, habe ich mich erschrocken. Leck mich am Arsch. Gehen zum Teufel. Gehen. Fifth dels Sp impairments der Schubelung. Untertitelung des ZDF, 2020 wie eine unmögliche Vision, etwas, was sie gar nicht glauben konnte. Eine Re-Built-Fuhr-Town, auf die Ruins, von was vorhin kam. Eine Stadt ohne Geschichte. Aber wer hat es gesagt? Einfach mal klopfen und fragen, wer da ist. So, dann schauen wir uns hier mal um, wa? Oh, du hast mich verletzt. Probe es. Es gibt keine Verletzungen. Aber du hast einen Verletzungen. Du hast einen Verletzungen. Ich bin ein Verletzungen. Du hast eine erste Ausbildung. Frau und Frau. Und alle anderen. Vorbereitungen und foreigners. Ich zeige euch, für die erste Mal, auf der Casino Mainstage, eine wirkliche... ... ... ... ... ... Ist das unser Dicey? ... ... ... ... ... ... Welcher der Destruktion wird es auf diesen Kriegern geschehen? Welche Regeln und Normen wird es unterbrechen, als seine wahrheitliche Kraft ist endlich geschehen? Es gibt nur eine Art, um herauszufinden. Wenn ich die Böden schraue! Warum ist es nicht etwas tun? Komm schon, gib es einen Kuss! Es ist nicht wertvoll! Dicey! Ich werde nicht hier verlassen ohne dich, Dicey. Lass ihn alleine! Diese Dice ist unter meiner Protektion! Das ist ein guter Job, das du auch machst. Aber ich bin immer ein Kammel. Oh nein. Überlebe den Viermann! Ach nee! Vielleicht ist es vorbei mit Gentlemen, das sag ich dir! Ach, du liebe Scheiße! Ach, du liebe Scheiße! Wenn du gewinnen, du gehst und sterben. Aber wenn du verlierst, ich bekomme dich beide! Das ist kein Sinn! Das ist Leben und Vorbeige! Na ja, schlagt euch selber, ihr Missgeburten. Ihr seid doch nicht ganz sauber. Oh! Ah, scheiße! Ich muss das anders machen. jetzt habe ich die Faxen, dick hier. Oh! Jetzt habe ich die Faxen gekürt! Bis zum nächsten Mal. Ich habe wirklich gedacht, dass du mehr als ein Kampf gemacht hast. Das ist fast zu einfach. Ich bin clever. Oh, ladies and gentlemen, it appears that this wasn't even a dice after all. What we have here is just a broken oak, jack-in-the-box. He's mine. Give him back. You want this garbage back? Yes, and he's not garbage. Well, go get it. Dicey! Oh, who better means going versatile in double. Oh, and look, that's precisely the bread I made on my tail. Dicey! Oh, no! No, no, no! Dicey! Oh, Dicey. I was so scared. I'm sorry. I'm so sorry. I didn't mean to get you hurt. I should have never put you in danger. We don't belong here. And I just... I just want to go home. Did someone say... smuggle me home? Yes, Taz. Because you, little lady, are in the presence of Ludo Betts, the greatest person smuggler in all of random. You trust me, right? I could ask you the same thing. Let's just say I'm old enough to be great at it. You see, I've got my bag. Top of the line, nothing so fine. It's bigger on the inside. Me and my brother can fit anyone inside. Oh, sorry. My brother, Bruno. I lost him to the high roller. Who I'm betting you know. We gambled, we lost, and now he owns him. And you... well, you've got yourself a real dice. Which means you have a real chance to free Bruno. Because you don't... Look, the high roller seems all high and mighty. But he's got a weakness. It's in his neck. And you're gonna let that stand? Take her if... fix your dice and be... Even had no idea where she could find more darts for her dice. So she fell back to exploring. It had gotten her this far at least. Which, if we're being precise, is to a point where she no longer... ...wanted to explore. Look, life's complicated sometimes. Oh, there, stranger. I've played enough darts in my time to see that you can... Don't we all str... Back when I traveled the six wards, singing for my... But, now, of course, I figure... I didn't actually want to go back home. Ha ha. Not a blessed thing. But, when the f... I refused to play for him. And he smashed my fingers up real nice. So I couldn't play... Well, silver linings, friend. Now, did you know the foreman's a relative of Nanny Fortuna? That's how come he can keep himself out of jail despite all... Well, it figures it runs the... Well, would you look at that. I haven't seen one of your kind in years. You think all... And yeah. In the middle... The world's got its fair share of horror. But beauty... Ah, shucks. An old man like me gets a lucky gift. Oh, it was a nice moment of fellowship and kindness... So, we still have to find out how we can repair our Dicey. Come on, Dicey. Let's go! So, we're going to put a little button in here. And, uh... So, let's go! Vielen Dank. Da geht es anscheinend nicht weiter, dann schauen wir mal woanders. Hier ist anscheinend, da ist eine Leiter, dann gehen wir da einfach mal hoch, um was passiert. Hey, willst du hören die schlimmste Geschichte in der Welt? Okay. Nein, du sagst es richtig. A Duck Baby! Und die Duck Baby wird in ein Schuss, und dann, er stirbt! Alles klar. Hier ist wirklich alles traurig anscheinend. Ist das zu sagen? Ah ja. Hilf immer beim Entschluss. Wie? Ach, dann suchen wir mal weiter. Königinstraße. So. Vigilante für Hire. Freelance Police für Hire. Rackontur für Hire. Freelance Vigilante Rackontur für Hire. Heard any good ghost stories lately? You ever seen a ghost kid? Perfect, perfect. I clicked. So, tell me the story of this ghost. Oh, amazing. Incredible. In der Geistergeschichte. Ach, Leute. Geister aufgegeben. Seele von der Ente. Uh-huh. Hier. Heard any good ghost stories lately? Go on. Children are both more likely to... Oh, I, uh... Did they, um... You know? Huh. Well, that's, uh... That is technically a ghost story. Heard any good ghost stories lately? Oh, listen. You come across... 50 Münzen. Super, Ingo. Look, Fortown may have its problems, but it's better than where I came from. It, uh... It is better, right? Well, I came from one town village with my family along with me. And I got trapped here in Forburg Square, no hope for me to see. Make yourself comfortable, kid. Hey, welcome. Make yourself so much fun. Das hört sich nicht schlecht an. Oh, I'm... Hier waren wir doch schon. Fix your dice and beat the high roller. Then you'll save Bruno. And I swear on my eyes that I'll let you inside my bag. And me and my brother will take you anywhere you want. Anywhere. Hey... Hey... Hier waren wir doch auch schon. Wo ist eure deppete Freundin? Let's just approach as we can. Oh, I don't know. Oh, fuck. Uh, fuck. Voll right! Oh. Ha! habt's Victim. I love you! Toadshқe scholarships. Heat in full cash. You cannot cheat. I got a few money. You can't take you. You have a loud hug. Nice. I got this one. You can do it all. Ich stecke gerade so ein bisschen in der Sackgasse, muss ich ehrlich sagen. Ah, Saga-Zelt. Wie viel machen wir? Spießruten. Da tut sich was. Wie viel machen wir hier? Hey, Eben! Sorry, Leute, ich habe zu spüren. Mein Freund, es ist gut zu sehen, du hast es in Vorburg. Wie geht die Waffe? Ich gehe nach Hause, Seymour. Aber ich habe keine Frau mit dir. Sie ist... Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mehr machen, Seymour. Ich bin zu denken, ich weiß nicht, wer Odd ist. Vielleicht habe ich nicht. Vielleicht war es ein Fehler, um sie zu sehen, oder zu jemandem zu sehen. Wir alle einfach... Wir alle zufrieden, andere Leute, nicht wahr? Und hier bin ich zufrieden, dich zufrieden. Hm. Okay, also, du willst nach Hause. Wir beginnen da. Du bist sicher, was das? Das sagt dir, du bist leid. Es ist okay, dass du nach Hause gehst. Es ist okay, zu fühlen, oder zu fühlen, oder zu fühlen. Und zu einfach nur zu tun, was auch zu tun. Und zu tun, was auch zu tun. Du kennst dich zurück? Ich will sagen, das. Für eine Frau, die sich so sehr interessiert und pessimistisch ist, du hast sicher viel Erfolg in den Menschen, und sich zufrieden. Ah! Danke die Dicemakers für ihre Fortschritte für das, dann. Ah, endlich. Er repariert jetzt meinen Würfel. Sehr, sehr schön. Dicey repariert. Sieht man, hat Dicey nicht nur repariert, damit er eine 3 würfeln kann, sondern ihm gleich zu 4 aufgewertet. Was für ein Freund. Eine verwüfelte Situation ist unsere nächste Errungenschaft. Und wir sollen nach Oma fragen in der Wahrsager-Dingspons. Da wollen wir da mal hingehen. Ich mag diese hier. Ich mag Ivan, total. Ist richtig cool. Ich kann mir auch nicht weiterhelfen. Wie vielleicht? Na, Sorba. Danke für deine aufmundernden Worte, Frau Pfosten. Bist du mit mir? Bist du mit mir? Bist du mit mir? Das war's für heute. Das war's für heute. You don't even know what you're walking into, do you? I can shout at you all day and you'll still do exactly what you're rated to. It's enough to go anyone crazy. Oh you gentle wanderer, have you come to know your fortune? You must say you've heard the stories of the spirit. Aren't we all? Come closer child, for you I see something strange. Voyages in a distant land, a journey into random, into darkness, and a queen watches. You haven't. No, I don't dare say more. Nah, too much hangs on the... Even didn't learn much from the fortune tellers. Honestly, I've never cared for them. Narrating things before they happen is strictly against the narrator's code. But she nevertheless had the distinct impression, that what lay ahead could be dangerous. Ein hin und her. Okay. Let's go. Es ist gerade nicht einfach. 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 Oh ja. Oh ja. Da ist ein grünes Fragezeichen. Da muss ich hin. Da stellt sich die Frage, wie komme ich dahin? Dann gehen wir mal hier rum. Dann gehen wir mal hier hoch. Ach du Scheiße. Ach warum? Oh, das ist ja unfair. Oh ja. 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 Okay. Oh! Oh! Ich werde kaputt. Ich werde kaputt. Okay. Dann müssen wir es halt mit roher Gewalt versuchen. Okay. 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 Jetzt aber. So. Da. Dem ist verfragen. Was für Spektakel. Oh. 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 Das heißt, wieder mal auf die Suche gehen. Ach, da hinten ist das grüne Rufzeichen. Wollt sie mit uns spekulieren? Ich finde das ja super. Wir werden... Ah, das ist ein Mann. Nichts mehr. Das ist ein Daniel. Was ist denn bei ihr? Und spek... Ja, super. Ich bin aber immer noch nicht weiter. Da. Da hinten. Wo komme ich da hin? Da muss ich hin. Ich muss da die Treppe runter. Oh. 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 Ich glaube, es gibt einige Leute hier, die nicht mehr über das, Dicey. Ich glaube, es gibt einige Leute hier, die nicht mehr über alles. Nicht schon wieder Krieg. Ich komme wieder. Oh? Ihnen hat sich jetzt wieder ein paar Krise, was ich? Oh, habe ich... Meine Freundin Poozer. Sie waren in Englisch der Ruf von der Königsemarin Kattnersehreien. Oh, I don't know what I hear her in the night I do. Wailing, but not in pain, but confusion. Ain't no time for apologies. Die Geister aufgegeben. Erzähle die Geschichte vom Krieg. Ach. Ooppa. Ooppa. Gut? Bin immer noch kein Meter weiter. Oi oi, Maddie Dex hier. Card enthusiast. The living store at your service. Haha, you wanna trade your cards? I know you too. I've never been to the Soothsayer District. People disappear in there. They mess with powers they shouldn't. People, people, people. It's just a little weird. I can't believe four man ripped me off. In seconds before I was going to rip him off first. Oh my god, where did I come from where I came from? Okay, let's try it. Okay, let's try it. But it's better than where I came from. It's better than where I came from. It is better, right? I have to go. But I have to go. was muss ich tun mit sie überhaupt weitergeht sorry aber gerade stecke ich ein bisschen hier in der sackgasse immer ehrlich zu sein so Okay. 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 So. Da kommen wir der Sache endlich näher. Wenn Sie mich mitinettet auf Uma... Step inside, child. This rug. This rug is very nice. Ooh, it shows real pr... Huh. But I have many rags. Ah, yes! The red one. Die Blühe, eine gute Wahl. Die Blühe, ja, eine persönliche Fache. Die Zukunft ist noch nicht gemacht. I can tell you nothing else. You want, then? Oh, that strange rugsseller seemed to know more than she was letting on. Also, I didn't even know, she'd be here, so that's... Tja, we should now help the three citizens, so they can tell us a little more about Oma, that's how I understood. I don't know, Dicey. It's like this city is a last resort for everyone here. Well, there was one good thing here at least. A dislike of the high roller is making even more than motivated to find a way to take him down and earn passage in the bag out of there. So, wo geht's denn jetzt hier rum überhaupt? Nostalgia Critics Wad diu Wad ja Wad ja Wad ja Wad ja Wad ja Wad ja Do Wad ja Wad ja so was passiert jetzt so da jetzt dieses speicher symbol war würde ich sagen das war's vorerst mit lasst den random für dieses mal ich hoffe es hat euch spaß gemacht wenn es euch gefallen hat lasst den daumen nach oben da wenn nicht macht mir immer gar nichts wir haben in der nächsten folge wieder einiges zu tun bis dahin macht's gut servus und schiss er hatte den ich spiel das bei haut rein habt ein schönes wochenende servus und tschüss